Ah, noch ein... ein Dungeon in einem Dungeon? Das ist ja komisch. Versteckt der sich hier nochmal zu komischen Höhlen? Oh, jetzt soll es so hier... Komm, wo es raushauen? Ja, und wo ist denn... Jetzt kommen wir erst. Du musst ihn einfach nur treten! Weil er downgezockt wurde. Das ist voll lustig. Schon wieder dasselbe wie eben, oder nicht? Ja. Nur dass der dir letztes Jahr nicht beihilft, sondern du musst das alleine machen. Ich weiß immer noch nicht, was ich mache. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich weiß nicht, was ich mache. Was ist denn da? Ja, es ist gut. Das war's für heute. Ahhhhhhh! Ich habe das Ende verstanden! Diese Kombo ist hier! Diese Kombo aus Japan, und Russisch ist ziemlich der Hammer in den Sparks. Ich kann mich noch nicht sprechen, warum macht der denn nicht? Beim zweiten Mal, wenn das wieder Puffe ist. Was nochmal? Wenn das wieder Puffe ist? Ja. Ähm, dann muss ich, wenn da diese blau aufleuchtet, muss ich die erste Reihe drücken. Ah. Oh mein Gott, das ist ein Vögel. Das ist... provoziert, ey. Ach, anstrengend, ey. Gibt's da jetzt noch einen weiteren Auftrag? Ähm, nur irgendwas gekriegt? Ne, ne? Jetzt geht's aber nicht weiter. Was mach ich da? Der Dragonforced Unsealing. Talisman. Ich kann es nicht nutzen. Hm. 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 Ich kann es nicht nutzen. Gehen wir mal weiter. Ja. Müssen wir die töten? Wir sind aber schon im Gebiet. Jawohl. Der ist... Cool. Ähm, okay. Doch, den mussten wir. Ja. Oh ja, die war's genau. Oh, da ist auch was. Das ist fertig, oder? Bei mir fehlt noch einer. Und du musst hier auch diese Säcke einsammeln. Diese Säcke? Mhm. Welche Säcke? Diese da. Die hier la... Ah! Ach, die Frau. Oh, sorry. Ich hab schon drei Stück davon aufgesammelt, deswegen... Ich hab noch nicht allein. Ich hab noch nicht nur da... Ich hab noch das zu. Ich hab noch nicht nur aufgesammelt... Ich hab noch nicht einfach... Ich hab noch nicht nur damit. Ich hab auch nicht mal dabei. Das librarians nicht rein. Wollen. Es ist kein F UN... Oh ja. Ich hab noch nicht gewonnen. Im Wanderer. Ich hab noch nicht verRIS жел. Das ist fledgleichlich, das ist... Warte, der hat einen gedroppt Was? Hat er gedroppt? In dem Platz Achso Wie fehlen wir noch Versagen? Ist die auch noch kill? Jo Jo, die ist fertig To attack To attack Recruits Ja, wir müssen auch irgendwie so Hier, da sind diese Säcke, die ich meinte Ja, wo ich jetzt renne Wie hier, kannst du hier auch einsammeln? Nö, das hab ich dann auch schon fertig Jo Du hast... bist du jetzt voll? Ich hab jetzt, glaub ich, alles voll Ja, ich noch nicht To attack to the guard of blablabla Was fehlt dir denn noch? Du musst noch mal dran, von mir Ja, jetzt bin ich auch fertig Oh, hier ist Erz, komm her, komm her, komm her, komm her Oh, jetzt richte Sauber von mir ab Ich kann das denn nicht mehr abholen, wenn du das abbaust Ich kann das denn nicht mehr abholen, wenn du das abbaust Und dann ist es weg Ah, jetzt hab ich den gekriegt Krass Was war da drinnen? Was war da drinnen? Gift of Strange Wood Was? Loll Okay Okay Ich hab ne Axt verloren Gewonnen... gekriegt? Ne, verloren Ich hab ja... Jetzt ist das aber hier nochmal, oder? Hier ist... Das ist immer noch angezeigt Das ist... Äh, das spawnt er wahrscheinlich Immer an der Stelle Aber viel Auswahl gibt's da jetzt nicht, ne? Ja, wie viel Auswahl gibt's da jetzt nicht, ne? Oh man, jetzt hab ich den Z-Skill Oh man, jetzt hab ich den Z-Skill Ein Z-Skill hab ich Z-Skill hab ich Geh weit ab vom Schuss Geh, dann kannst du nicht auf Controls irgendwie Settings Steuerung ist jetzt nix, oder? Dann sollen wir nachher nochmal... Keybindings! Das ist auch ziemlich dumm Da ganz hin Ja, du hast X, C und V aber schon belegt, ne? Und D auch Wo ist, äh... Keybindings? Bin ich jetzt schon überredet Äh, du musst ganz recht... Keybindings... Ganz recht beim A Und dann Skills Ach, ah, ist das... Skills Ja, aber Steuerung 1 kannst du das nicht machen? Steuerung 1, 2, 3, 4 Ne, 1, 2, 3... Die Tasche sind 1... 1, 2, 3, 4 sind doch deine speziellen Skills Die sind doch schon zu... Ja, Steuerung 1, nicht 1 Sondern Steuerung 1, meinst du? Ja, nicht... Ja, das könnte man auch nochmal Ich hab's jetzt erstmal auf Y gelegt Wohl Y... Ja, Y geht noch Y geht noch Ja, das ist... Besser Ne, hat er jetzt aber nicht gemacht Bei mir wohl Muss nicht Kannst das halt noch nicht einsetzen, ne? Mal gucken, was das Schwert bringt Ja, Schaden, ne? Ne... Genauso viel... Toll... Das sieht besser aus... Warte mal... Warte mal... Warte mal... Warte mal... Warte mal... Warte mal... Ich hab das jetzt auf Y... Geil... X... C... So... Was ist denn noch auf Z, Alter? Gibt ja gar keinen Sinn Ah, das riecht auf Z, weil ZY ist Das ist englische Tastatur Nu... Wird... Nu... Leuchtet mir da so rein Ist ja vertauscht Auf der englischen Tastatur ist das ZY Dann schreibst du sie dann... Mh... Mh... Musst du dann auch nach oben, ja, ne? Weiter in Norden Wahrscheinlich schon Ja Jawoll, mein Schwert ist Level 2 Dein Schwert ist Level 2 Dein Schwert ist Level 2 Ja, das macht jetzt 16 Schaden Du kannst die Schwerter verbessern Wenn du die alten Schwerter nimmst Warte... Du drückst jetzt I Ja Gehst auf dein Schwert Ja Und drückst Schiff, linke Maustaste Schiff, linke... Ja Dann müsste ich ja... Ist ja jetzt ein neues Fenster da, ne? Ne, im Moment nicht... Ah, Schiff... Ja Jetzt ist ein neues Fenster... Und da unten... Äh... Kannst du... Da... Wo dieses Faltchen dran ist Kannst du da irgendwelche alten Waffen Die du nicht brauchst oder so reinziehen Ja, wenn... Aber dieses Item cannot be upgraded Steht hier Achso, ja Das kannst du mit Speziellen machen Die da so ein grünes Level Symbol in der Ecke haben Ja, hab ich nicht Kann beide nicht updaten Ja, also das zum Beispiel mal Mime Kann ich das zum Beispiel machen Ja Besten Dank Ja, äh... Weiter Das ist doch vor Unfair Du kriegst so'n geilen Scheiße Ich krieg da nur Müll raus, ey Also das Schwert, das war schon argerlack Hast du das nicht gekriegt? Nö, ich hab nur... Ich hab immer nur diese... Andere Scheiße Hast du nicht auch eins mit deinem, äh... Ganz besonderen Key aufgemacht? Eine Truhe? Ne, wieso? Den hab ich noch Deswegen hab ich das Ding Weil du dann was klassenspezifisches bekommst Aus der Truhe Oh Ich hab beide Keys noch, ne? Ne, es gibt nur einen blauen Ich hab keinen blauen Doch 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 hast du uns Ja, okay, das hätt ich vorher vielleicht wissen sollen Ja, ich hab... ich wusste es auch nicht Der hatte das ja automatisch irgendwie ausgewählt Aber... 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 Ja, was weiß ich Du brauchst ja eigentlich nur eine noch, so ne Truhe Und dann... Hey, die hat eben ne Rolle gemacht Hast du's gesehen? Black Dragon Ja... 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 Ah, er meldet sich auch gerade wieder, das ist ziemlich cool Ja... Blablabla, blablabla Aha, okay Ja, jetzt ist hier ein bisschen was zu tun Das ist ein bisschen was zu tun Ich hab's mal nachgebracht Ich hab's mal nachgebracht Huuuii Kreden Ja da an... Hier ist gar nichts mehr Jeden 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 Geil! Das hatte ich mit dem Assassin auch, aber da kannst du Schuhrecken werfen. Ja, das geht hier ja noch alles. Ah, das war doch so schlecht. Ah, ich brenne. Okay, cool. Dann haben wir eine Bombe abgeworben. Lasst einen, Reaktion! Sie haben nicht in diesem Geist zu sagen. Ich glaube, das ist nicht mehr Schuss. Pachteln, Reaktion! ghosts killen. Das ist nicht los. Es gibt nichts. Das sind die Bühne! Oh, was für ein Mieter, der Assassin ist einfach so miet, ey. Oh, ich will auch nicht mehr so viel leben. Ist das ein Auftrag? Ich hab keine Ahnung. Ne, ist es nicht, ich muss nichts annehmen, Wahres. War was tolles drin? Äh, da ist eine Triangular Gembox drin. Toll, und was bringt die? Keine Ahnung, die kannst du aufmachen. Und es ist ein Triangular-Brill drin. Ja, dann nochmal hier bei ihm die Training Room. Achso, ja. Ja, der ist ein bisschen... Der ist ja auch ein bisschen versteckt, ne? Aber wenn man an dieser Familienmap guckt und weiß, dass ich da... Ja, jetzt geht's ums der Blade. Okay. Jetzt das Blade werfen dann ran, Carsten. Mhm. Okay. Gleichzeitig mit dem Dings an, äh. Mega witzig. Das war's. Echt? Ja. Drei Dinger killen. Also dreimal seine Double Star killen. Mhm. Aber das ist ziemlich cool. Du wirst erst dein Schwert, gehst dann da ran und dann... So einen kleinen Eröffnungsschlag. Äh, also sozusagen... Ich find das ziemlich sinnvoll. Ja. Dann siehst du mal, was... Hat man selten, dass man so ein paar Skill-Kombis kriegt. Aber wahrscheinlich muss man nachher so ein bisschen selber kreativ werden. Genau. Ja, manchmal... Weil manches gibt ja als Voraussetzung, dann kannst du das sofort casten ohne Uplinkzeit. Ah. Dann können wir die Scheiße jetzt erstmal wieder abgeben. Bin gespannt, ob es noch interessanter Rosevite hier gibt, ne? Jetzt ist das ja einfach so stumpf vorbei. Joa, wahrscheinlich, ne? Hoffe ich mal. Nein. Sie ist einfach so... Oh, ich hab irgendwas... Gott, haben wir zugegriffen. Er hat auch mal wieder was. Oh, das ist gar nicht mal so dumm, aber ja. Ah, ich hab ja das andere Blade sowieso. Was haben wir hier denn? Ah, das ist ein... Muss ich das abgeben? Ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich hab ja das... Was ist das? Vielen Dank.